Du, Papa, mir ist langweilig. Wollen wir gemeinsam was machen? Ich bin müde, weil ich von der Arbeit gekommen bin, Peppa. Ich muss mich ausruhen. Hm, okay. Schorsch, lass uns zusammen spielen. Geht nicht, Peppa. Ich male gerade. Ich kann jetzt nicht spielen. Mama, mir ist langweilig. Peppa, du kannst doch mit Papa oder mit Schorsch spielen. Die spielen aber nicht mit mir. Ich mache eine Hühnersuppe mit Gemüse. Willst du mir dabei helfen? Ja, gerne. Du kannst das Gemüse waschen. Alles klar. Tomate Karotte Brokkoli Kohl Mama, ich habe das Gemüse gewaschen. Und jetzt? Dann kannst du jetzt das Gemüse und das Huhn in den Topf tun. Und nun grillen wir noch den Fisch. Jetzt können wir für den Salat die Tomaten schneiden. Mama, und was gibt's zum Nachtisch? Als Nachtisch gibt's Erdbeerkuchen und Obst. Oh, lecker! Mal sehen, was wir für den Erdbeerkuchen alles brauchen. Wir brauchen Erdbeeren und Milch. Den Backofen haben wir ja schon vorgeheizt. Peppa, du kannst ja schon mal das Obst vorbereiten. Mach ich, Mama. Birne, Banane, Mandarine, Erdbeere. So viel gesundes Obst. Mal sehen, ob die Suppe schon fertig ist. Ja, sie ist fertig. Jetzt können wir essen. Mh, alles hat sehr gut geschmeckt. Dankeschön. Ich habe Mama beim Kochen geholfen, Papa. Ja, Peppa war mir eine große Hilfe. Ich denke, der Kuchen ist jetzt auch fertig. Mal sehen. Sieht gut aus. Und er riecht auch gut. So, bitteschön, Erdbeerkuchen. Lasst es euch schmecken. Mh, sieht lecker aus.